Torwart von Borussia Dortmund zu sein, bedeutet mir viel, weil es mein Kindheitstraum schon früher war. Da ich hier die besten Trainingsmöglichkeiten Deutschlands habe, weil ich mit den Besten zusammenspielen kann, weil ich hier alles geben kann. Zum einen haben wir die Reaktion und Handlungsschnelligkeit trainiert, ein Torwart-Battle und im Football-Naut das Offensivspiel. Das sind drei Torwart-Elemente, die wir hier in diesem Torwart-Test anbieten. Habt ihr es drauf? Wenn ja, dann bewerbt euch hier. Nutzt eure Chance, sich mit BVB-Torhäutern zu messen und gegebenenfalls seid ihr selber mal ein Teil der BVB-Familie. Bewerben könnt ihr euch ab sofort, vielleicht sehen wir uns demnächst auf dem Platz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017